Eine Theatergruppe spielt eine Theatergruppe, die eine Theatergruppe spielt. Wie heisst das Stück, das dir zum Besten geht? Wir spielen Hamlet, Majestät. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Aber die Kultur hat manchmal einen schweren Stand. Der Gemeinwirt hat für Leute wie sie diese Verordnung gegeben. Also wenn mir die Kulturinspektorin in die Finger kommt, dann... Darum muss man halt ein paar Konzessionen machen. Was hat sie gesagt? Was sieht man da gerne? Wie überall. Liebe, Einversucht, Krach, Versöhnung, bedrängte Jungfrauen und ein Schuss Erotik. Das geht ja gar nicht. Es könnte ja auch Kinder im Publikum haben. Wir spielen Hamlet. Eine historische, äh, hysterische Komödie. Äh, so stehen Sie mir nicht vor das Publikum. Mit der Theatergruppe Improvisorisch-Gränichen. Am 17., 18., 24., 25. und 26. April. Geht nur voran. Ich folge euch. In der Aula vom Primarschulhaus Gränichen. Am besten jetzt gerade reservieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020